Wo bin ich denn? Da! Da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin. Ich gucke mir erstmal alles an und entscheide dann, wo ich jetzt gehe. Auf der Bühne statt Nebel einfach mal so ein Schwade-Grillgeruch in den Raum rein. Und ich sage ja, Menschen fangen an sich die Kleider vom Leib zu reißen. Ich bin schon Profi. Ich hab 30 Sekunden hier und schon drei Torten fertig, das musst du erstmal hinkriegen. Mein Leben ist so hart. Das wäre auch schön, wenn man das eine oder andere mal einfach mal auf die Kabine gestellt bekommt. Dass ich mir das hier nicht mühselig erarbeiten muss. Und dann habe ich Pipi in den Augen, wenn ich sowas sehe. Du lernst ein Land über die Teller in meinen Augen so gut kennen wie sonst nicht. Und das ist ja hier nichts anderes. Das ist ja hier nichts anderes. Ich binmışter. Hi.